Heute tagt das erste Mal das sogenannte Digitalkabinett im Bundeskanzleramt. Das ist ein besonderer Kabinettsausschuss der Bundesregierung, den aber alle Bundesminister angehören und der von unserer Bundeskanzlerin geleitet wird. Das zeigt, Digitalisierungspolitik ist Chefsache. Sie wird im Kanzleramt vernetzt, sie wird im Kanzleramt koordiniert, denn jedes Ministerium ist Digitalministerium. Jedes Ministerium hat verschiedene Digitalprojekte, Digitalprojekte, die wir gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag vorantreiben wollen. Der Deutsche Bundestag koordiniert diese Dinge in seinem Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Wir werden mit diesem Digitalkabinett eng zusammenarbeiten. Erste Projekte sind für uns, dass wir uns mit der KI-Strategie, also der Strategie für künstliche Intelligenz, auseinandersetzen und diese entwickeln mit der Blockchain-Technologie, aber auch insbesondere mit dem Thema digitale Arbeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen, dass es ein guter und richtiger Impuls für unsere Digitalpolitik in Deutschland ist.